Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei GTA San Andreas. So, jetzt probieren wir mal, ob wir jetzt hier weitermachen dürfen. Erstmal sammle ich mir hier, oh, die Kohle ein und versuchen, den Auftrag zu starten. Du musst mehr Gang-Territorien in Los Santos übernehmen, damit du die Motherfucker angreifen darfst. Also geht noch gar nichts, wenn wir da ein Auto drin stehen. Okay, die wollen einfach, dass wir voll viel Geld ausgeben. Jedes Mal sterbe ich nämlich. Okay, also mehr heißt mehr. Also gut, dann probieren wir das gerade mal hier hinten vielleicht noch. Vielleicht geben wir hier noch ein bisschen was eingenommen. Oh, trifft sich gut. Da sind gerade so ein paar Kollegen, die wir angreifen können, um einen Krieg anzufangen. Ah, Mann, die scheiß Bullen, ey. Ja, knall ab. Ich werde mich nicht um den kümmern, ey. Ich habe keine Zeit. Ei, 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 krieg dir den scheiß Bullen nicht abgeknallt. So, da hinten ist ein Herz. Fass mal mal eins gebrochen. Ey! Ich habe noch nicht gesehen, dass der mich angreifen will. Nehmen wir mal. So, jetzt. Verrecke. Okay. Da kommen schon die nächsten. Oh, das ist ja cool, dass ihr dabei seid hier. Aber ihr könnt mir ruhig ein bisschen helfen. Können wir die vielleicht für uns gewinnen. Sehr schön. So, die hast du die erste Welle überstanden. Ja, cool, wenn wir hier vielleicht noch irgendwo in die Küche sicherersteherbekommen würden. Irgendwo, irgendwo, irgendwo. Vielleicht gibt es da drüben welche. Oder sind die da unten? Hm. Keine Ahnung. Höh! Rennst halt nicht vor mir rum, sonst seid ihr tot. Das ist ja. Welle, ich schieße euch auch in den Rücken. Mh, heh, heh. So. Da rennen sie. Zweite Welle. Irgendwie bringen meine Leute gar nichts. Merkt ihr das? Ah, guckle sichere. Ja. Geil. Brauchen wir. Da sind sie. Äh, Leute. Scheiße. Hey, wisst ihr, dass die schweres Gerät haben, ne? Toll, guckle sichere es direkt. Autsch! Verdammt, da vorne... Ah, mein Viertel. Das Viertel gehört dir. Ah, da ist noch ein Herz. So, ich muss mal vielleicht mitnehmen. Sag mal, ich hab doch gar nichts gemacht. Ei, ei, ei. Gehen wir aufhören? So, weg hier. Das ist mir zu viel. Und dann müssen wir halt noch mal ein paar Viertel einnehmen, hier unten mal, von denen. Vielleicht gibt's ja auch immer ein Sternchen, nochmal holen können, damit sie uns mal in Ruhe lassen. Hm, wo sind noch Gegner? Bäm! Hehehe. Da explodieren die Autos. Da sind zwei, das sind zu wenig. Da müssen es drei sein. Sonst klappt's nicht. Da vorne. Die da hier, die können wir uns holen. So, wir haben einen Bandenkrieg angezettelt. Mal wieder. Okay. Wow, das ist der komplette Streifen, oder? Ja, ja. Scheiße. So, du hast die erste Welle bestanden. Alter! Was du hängst, da wollte ich von mir. Boah, meine Fresse. Meine Fresse. Schnell, hol das Herz. Verpisst euch. Geh weg. So. Gibt's da noch irgendwo die Weste, oder so? Boah. Junge, ich hab mich schon tot gesehen. Jetzt kommen sie hinter mir. Da. Boah, wie viele. Alter. Alter. Wie Rambo. Ganz alleine gegen Tausende, oder was? Oh, wow, 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 wow. Das Weste. Da vorne ist eine. Das ist so ein ziemlich großes Viertel. Deswegen wahrscheinlich. Oh, oh, oh. Okay. Jetzt kommt her, ihr Wichser. Das Viertel geht dir. Okay. Passt. So, die Bullen wollen immer noch was von uns. Das muss ein ziemlich großer Streifen hier sein, ne? So. Müssen wir das Zeug einsammeln. Übel sichere haben wir noch. Dann schauen wir mal kurz. Auf der Karte, wie groß das Viertel ist. Oh. Oh, schön. Dann können wir uns auch das da vorne gleich noch prallen. Vielleicht kriegen wir das auch noch. Was? Welches? Welches Viertel? Da müsste jetzt irgendwie was blinken. Karte. Was? Wir sind aber ziemlich weit weg. Okay, wir sind trotzdem hinfahren, weil wir dürfen es nicht mehr verlieren. Wäre nämlich schlecht. Alle Viertel. Ja, das schaffen wir doch nie. Alle einnehmen, oder? Was machst du jetzt mal stecken jetzt? Nicht hinun lassen? Ja, hier sind immer noch solche auf unserem Gebiet. Haben wir das nicht eingenommen hier? Oh, Hammer. Also, schnell rüberfahren. So. Okay, was ist hier los? Wo brennst du denn? Oh. Oh, 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 bleib weg von mir. Es sind aber viele hier. Wow. Explosion. Du hast es ihnen gezeigt. Das Gebiet gehört wieder uns, mir. Wie immer halt. So, weg. Die wollen wir ins Leder. Painspray ist gerade in der Nähe. Gehen wir kurz rein, weil es wird jetzt immer schlimmer mit dem Stern. Fahr mal kurz rüber. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir nachher noch zu arg Probleme bekommen mit dem Bullen. Und dann kommen sie mit GSG 9, unserem Geschicht... äh, GSG 9 ist Deutschland. Entschuldigung. Äh, Nationalgarde. So. Okay, jetzt können wir... Wir werden gerade weitermachen. Wir sind ja im gegnerischen Viertel. Aber wir dürfen uns jetzt erstmal nichts erlauben. Also, abwarten, bis die Sternchen wechseln. Wir sehen noch ein paar. Wenn auch mal ein paar Gegner hier rumlaufen würden. Zeige, wieso machen sie das? Wenn ja eh keine sind. Was sind hier welche? Da sind zwei. Das reicht aber nicht. Wir brauchen mindestens drei. Mindestens drei feindliche Bandenmitglieder. So wie da drüben. Reicht das? Aber die sind ja nicht auf unserem Viertel hier. Wir können es mal versuchen. Wir können es mal versuchen, ob man reicht. Ah. Scheint nicht so, dass es reicht. Wir gehen auch nicht auf unserem Viertel. Na ja, toll. Oh, ihr meinet. Jetzt kann ich schon wieder... Scheiße, jetzt kann ich schon mit dem Pain Spray gehen. Sie müssen dann schon auf ihren Straßen sein. Sonst prüfen uns das Ganze wirklich nichts. So. Nochmal sprühen. Kostet mich ja nur ein bisschen Geld und ich bekomme fürs Töten nichts. So, hier sind noch gegnerische Viertel. Wie viel brauche ich denn noch, ey? Hier sind eins, zwei. Das ist wenig hier. Das sind hier wenig. Hier runter. Hier sind wahrscheinlich gar keine Hunden. Da sind unsere. Hier vielleicht noch. Hier ist ein schönes Grenzgebiet. Hier unten laufen kaum welche. Wenn dann nur hier vielleicht noch. Da sind welche. Jawohl. Hier. Guck mal. Da könnten wir es schaffen. Dann können wir uns mit denen anlegen. Jawohl. Fass mit dir. Wow. Ey. Die wollen mir alle ins Leder. Oh mein Gott. Irgendwo müssen ein Herz sein. Da vorne. Schnell hin. Schnell. 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 Oh. Fuck. Fuck. So, jetzt müssen wir aufpassen. Lassen wir die erste mal herkommen. So. Meint ihr. Wir schaffen es ans Herz. Bevor die uns erwischen können. Ja. Oh Junge. Junge. Klar so groß. Die Gebiete sind etwas schwieriger. So willkommen. Da kommen auch viel mehr Mitglieder. Viel viel mehr. So. Da kommen die nächsten da hinten. Wenn sie so alle in einer Reihe kommen, finde ich es gut. Wie jetzt. So, Vorsicht. So, vorne ist eine kugelsichere Weste. Die holen wir uns gleich. So. Perfekt. Wo sind die? Da. Hey! Arschloch. Okay. Randale. So, die anderen, die sind jetzt wieder zu weit weg, ne? Die sind ganz da drüben. Da oben. Ah, da unten gibt es noch ein Herz. Dann wird es sich ja lohnen, hier rüber zu laufen. Falls wir jetzt noch verwundert werden sollten. Mann, haben die alle Schiss, ey. Hey. Dieses Viertel gehört dir. Ach, die Bullen. Wisst ihr, warum müssen die eigentlich immer gleich auf mich schießen? Ah, jetzt sind sie wieder weg. Gut. So, wie sieht es auf der Karte aus? Hä? Wahrscheinlich haben wir immer noch zu wenig, aber es wird langsam hinten. Ach, da breiten die sich auch noch raus. Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Ist ja nicht nur hier, es ist ja noch viel, viel weiter. Hm. Okay, dann müssen wir da oben vielleicht noch ein bisschen aufräumen. Hier haben wir doch erst den Krieg angefangen. Da sind noch so kleine Gebiete dazwischen. Aber bei den gelben sollten wir noch ein bisschen weitermachen. Da sind auch noch einige Gebiete, die von uns erobert werden sollten. Nehmen wir uns gerade mal den Krankenwagen. Ich hoffe, der ist noch funktionstüchtig. Ja, aber normal. Ja. Gut. So, immer schön nach den Ausschau halten, ne. Ist ja klar. Nach den Gangs. Da sind zwei auch zu wenig. Ja. So, wie sieht es hinten aus? Oh. Raus. Oh. Gerade noch geschafft. Habt ihr die Scheiße gesehen? Ey, ich bin gut. Ich habe Reflexe, ey. Wie ein Tiger. Wie ein Tiger. Scheiße. Ja, renn ruhig. Voll die Wahnsinnigen hier. Einfach nur wahnsinnig. Ich nehme mal das Auto. Er ist sowieso gerade beschäftigt mit dem. Wie? Wieso darf ich das nicht nehmen? Verpisst euch. Karte. Halt. Da bin ich wohl falsch. Ich wollte eigentlich hier hin. Da in die Richtung. Und so. So. Und jetzt vielleicht. Von hier. Ah, da kommen wir auf jeden Fall drüben, Mann. Oh, hier werden noch Gegner. Meine Güte. Ist die hier. Ist einfach nicht lassen für den Schießereien hier auf mich. Geht weg. Schwein gehabt. So. Hier sind auch noch Gegner. Geht mit dem Scheiß brennenden Kern. Vielleicht finden wir hier noch ein paar. So. Ne, da ist nichts. Vielleicht ist die andere Seite nicht. Hey, hier müssen doch irgendwelche rumlaufen. Hä? Wieso geht hier nichts? Warum? Da sind wir da oben sind. So. Hallo Freunde. Ihr wisst, was kommt, oder? Wartenkrieg. Und mir geht es gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Da unten. Da kommt gleich ein Fahrzeug von denen. Aber jetzt brauche ich das Herz. Das ist mit dem Schlagen, der Sack. Hat er keine Waffe? Scheiß Bulle. Dass die Fuck-Bullen immer stürmen müssen. Was, was wissen du jetzt von mir hier? Meine Güte. Ähm. Jetzt sollte ich irgendwie in die Weste kommen, oder so. Sonst wird es jetzt nämlich gleich böse für mich. Und das richtig. Okay, vielleicht kann ich sie von hier aus stoppen. Aber eins muss man merken. Die haben jetzt auch große Gewehre. Ah, haußer Gefecht. Leck mich doch. Fuck. Schon wieder erwischt. Die Schweine. Nein, Bullenauto. Wo brennt. Schau. Aber es ist noch ganz. Wenn wir die vielleicht überfahren, bringt das auch was? Für ein... Hehehe. Let's do this, Dominator! Ich will hier einen Kampf anzetteln. Wenn ich hier einfach mal ein bisschen drüber fahre. Aber warte mal, vielleicht. so, Banden-Krieg. Hey, hoff mich zu schießen. Biatsch. Ah. Mit den primitiven Waffen schaffen wir das nie. Können wir machen, was wir wollen. Das war das explizit. Okay, also jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in Waffenladen. Wenn wir einen Finden auf die Schnelle müssen wir schon wieder so weit fahren, ne? Na ja. Ich hätte uns gesagt, das ist übrig. Wir müssen. Ich will damit stirbt, sollte man alle Waffen behalten dürfen. Das ist mein Eigentum. Und USA darf man sie ja behalten, normal, ne? Die eigenen Waffen hier. Hier explizitiert alles, ey. Hier geht alles den Bach runter, alles für den Arsch. So, der Bulli geht jetzt ein bisschen umläufer auf mich. Verpisst euch. So, Gewehre, Stummgewehre. Hacker sind die 40 nur damit, das reicht. Das waren nur 10, denke ich. Reicht. Schutzweste. Gut. Das dürft reichen. Mehr brauchen wir nicht. Mehr dürfen wir nicht brauchen, sonst geht man das Geld aus. Letzt die Bullen, Vorsicht, alles genitzt. Etwas brutal werden. Nein, kein Bulle. Gut, weg. Muss jetzt auch nicht sein, dass wir jetzt noch verhaftet werden. Da sind unsere Waffen wieder weg. Und wieder und wieder und immer wieder. Und das ist einfach nur scheiße. So, vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Banden wieder, wo wir hochnehmen können. Die Bullen mögen uns einfach nicht mehr. Da haben wir erstmal verkackt. Ich glaube, dass man die Viertel hier gar nicht einheben kann. Ah doch, da vorne sind die Banden wieder. Okay, passt. Okay, passt. Wir haben neun Banden Krieg. Erstmal weg hier. Okay, jetzt lassen wir uns erstmal hier ums Eck kommen. Komm, 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 komm. Boom. Ah, hat nicht gereicht. Schade. Mit bei Easy kommen sie. Wer schießt denn auf mich? Drecksbulle. So. Ich will den Basie haben. Okay. Ähm, habt ihr auch mal Munition dabei oder so? Müssten hier rumkommen, oder? Jawohl. Ich glaube, das ist je nach Dichte, ist es schwieriger oder einfacher. Also man kann das so ungefähr sehen. So. Gut. Wollen wir uns mal die Weste hier. Oder wollen wir noch ein Herz, wenn was wäre? Für die ganz bösen Buben. Ey, wieso läuft der schon wieder weg? Bleib doch hier. So. Das tauschen wir natürlich. Oh, das ist gut. Gute Waffe. So. Oh, jetzt muss ich auch noch ein... Mein Revier. Gut. Weg hier. Der holt mich ab. Ey, da ist der Reifen kaputt. Ich geh zurück in die Crow Street. Mir reicht's. Mir reicht's. Mir reicht's. Das ist zu viel für mich. Das ist zu viel für meine Nerven. Einfach. Zu viel. Crow Street. Oder ist dieses Apartment vielleicht auch günstig? Ne. Wir müssen eh zurück, weil wir müssen ja gucken, ob dann die Mission funktioniert. Das müssen wir erstmal abchecken. Ganz gelieblich, ohne Stress. Mit einem Stern kommen wir eh klar. Das macht nicht so viel aus. Aber das ist was für gar keinen Stern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das reichen wird, zum die Mission weitermachen. Das muss ich mal überraschen. Ui. Ich glaub, von hier aus müssten wir direkt in die Crow Street sogar kommen, oder? Wenn ich mich alles täusche. Ah, ja. Ah, mein Viertel. Da fühl ich mich wohl. Da passiert mir nix. Hier schießt gleich nicht auch jeder auf mich. Geld. Brauchen wir immer. So, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. So, wenn ich mich fürs Zuschauen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank.